einen wunderschönen guten abend liebe leute in diesem video präsentiere ich euch tranquil finance das läuft auf der harmony blockchain harmony ist noch ein sehr eine noch eine sehr sehr junge blockchain und da wird es noch einige zeit brauchen dass sich das ganze entwickelt aber man sieht es ist ein stetiger aufwärtstrend und ich denke das hat noch viel potenzial in den nächsten jahren tranquil finance das ist ein landing protokoll dort kann man zum beispiel harmony reingeben und bekommt dann dafür tranquil finance token zudem kann man auch gleichzeitig etwas ausleihen und das ebenfalls noch mal in das tranquil finance protokoll einbringen um noch mal etwas mehr profit zu generieren von diesen tokens diese tokens kann man wiederum staken und noch mal eine api abkassieren die die den ertrag von diesem tranquil finance token erhöht das ganze ist noch sehr jung bitte macht euren bitte macht euer research und erkundigt euch das ist immer sehr 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 wichtig bei vor allem bei so jungen protokollen oder jungen projekten und blockchains weil ich bin kein anlagenberater und für gewinn oder verluste bin ich nicht verantwortlich und dieses video ist nur zu bildungszwecken wenn ihr hier dann auf den link klickt dann werdet ihr weitergeleitet und dann seht ihr dass tranquil ein das first algorithmic money market protokoll ist also es gibt wirklich noch nicht viel auf tranquil und da das so jung ist kann es wirklich sein dass es in mit dem ganzen wachstum noch viel hergibt wenn man das vergleich zum beispiel mit anderen protokollen mit landing und borrowing protokollen auf anderen blockchains da muss man einmal hier oben auf der metamask die das netzwerk weg sind harmonie mainnet wie man die hinzufügt das habe ich schon in einem video erklärt und dann kommt man automatisch hier hin dann hat man eine übersicht über die markt über den markt was man hier praktisch zu bleiben kann waren btc ist und so weiter und so fort und die api die man kriegt unter total supply der moment vorhanden ist man kann das eben gegen einen kollateral supply und dann kann man sich im anschluss noch hier etwas bauern und noch mal eine api bekommen im moment ist die zeit man eine fee von minus 4,60 prozent auf one kommt aber 36,20 prozent von diesen tranquil token und wenn man sich die jetzt mal anschaut zum beispiel auf coingeck und dann mal hier eingibt tranquille der liegt im moment bei 0,48 er ist also recht günstig noch zu haben wie gesagt das gibt es auch noch nicht lange das gibt es seit dem ersten oktober das ist wirklich ganz ganz frisch draußen aber da steckt sicherlich potenzial drin den gibt es für 0,48 und wenn man sich jetzt mal den one token anschaut dann sieht man dass der 0,30 kostet also im moment ist der tranquille token mehr wert als harmony one wie lange das natürlich so bleibt weiß kein mensch aber damit würde ich euch eigentlich nur zeigen dass ihr rein theoretisch mit der api die ihr hier erzielt und diesem tranquille token die eigentlich mehr wert sind als one im moment ein doppeltes geschäft macht denn diese könnt ihr dann relativ zackig wieder tauschen gegen one zum beispiel oder gegen etwas anderes verkaufen das dashboard sieht im moment so aus ich habe das nämlich gemacht ich habe dir ein paar harmony one reingeklotzt und noch mal ein bisschen was geboren um davon natürlich auch noch mal zu profitieren und das in dieses harmony one reingemacht im moment eine total net api von 18 prozent diese token die könnte dann hier oben wenn ihr noch mal auf trunk klickt könntet ihr hier noch mal staken und das ist auch sehr spannend denn im moment für das staken von diesem token bekommt man hier 363,41 prozent das ist schon mal nicht schlecht das wäre hier zum beispiel trunk one was man auch machen kann man kann hier zum beispiel nur trunk staken bekommt auch 204 prozent also egal was man macht man bekannt diese trunk token im moment gut staken und einen guten reward dafür bekommen und natürlich hoffen dass mit der zeit der wert von diesem token noch deutlich steigen wird weil er ist wie gesagt sehr sehr gering im moment und wenn man früh an bord ist kann man früh gewinnen man kann aber auch verlieren weil man weiß nicht was mit diesem projekt passiert und wohin die reise geht ich wollte euch das nun mal zeigen was man hier so machen kann habt einen schönen abend und tschüss 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 Untertitelung des ZDF, 2020